So, endlich. Wir haben von Dr. Smile unsere Zahnschienen bekommen. Ich rede zwar nur ein bisschen komisch, weil das ist sehr ungewohnt, aber es ist witzig. Allererstes öffnen wir das Paket hier. Bist du gespannt? Ja. Deine Zähne sind wesentlich schiefer als Meinen. Zeig mal. Ready? Okay. Herr Christinas Zähne ein bisschen abgeschliffen werden müssen. Wird hier noch gezeigt, also wenn man das anfasst, dann spürt man, wie viel davon abgeschliffen werden muss. Voll krass. Ganz ehrlich, ich spüre schon, wie was passiert. Meine Zähne sind schon ganz anders. Ready? Paket Nummer 1, los. Aufmachen. Wie eine Wilde, wie eine Wilde, los. Mein Gott. Das sind meine Schienen, die ich brauche. Das sind deine, weil du so einen Mundgulasch hast. Aufreiten, aufreiten, reinsetzen. Mein Gott. Mach, hau rindt die Dinger. Und? Rind. Funktioniert? Ja, funktioniert.